Geliebte Klara, du kannst dir die nicht vorstellen, dein Albert. So, ich habe fertig. Der verbesserte Donner ist auch schon... Moment, wir haben doch bestimmt... Nee, nix mehr, sage ich mich. Die Frage ist jetzt, bin ich für mehr oder so, Friedhof mit Regis? Regis heißt da nicht Regis. Ich denke... Wir machen ganz, ganz kurze Meditation. Was ist das denn? Herzoglicher Kämmerer. Moment, wir machen hier mal ganz kurz Meditation, bis morgen früh. Und in der Meditation sind die Ritter natürlich auch nicht weitergekommen. Das heißt, während der Meditation bewegt sich in der Welt gar nichts. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Welt sich eigentlich so weiter dreht. Was ist das denn? Mein Herr, mein Herr! Ein Brief für dich! Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Aha. Da steht, Porto bezahlt, verschwinde. Ah, hier drin geht's. Hier. Danke dir. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstübern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Buclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage. Und der Ort, an dem sich sein Labor befand ist, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Mein lieber Freund, das würde auf Jens schließen. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Buclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Jennifer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Mein lieber Freund, deine Freundin Jennifer. Das ist auch so ein kleines Geplänkel. Ähm, wenn man die Bücher nicht kennt, fällt einem das gar nicht auf. Aber die zwei haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Und als sie dann getrennte Wege gegangen sind, da hatten sie gar keinen Kontakt mehr. Die zwei sind auch einfach süß. Ja, das sind sie. Ähm, aber halt so diese Ansprache, mein lieber Freund, oder auch meine liebe Freundin, so dieses, dieses degradieren, nachdem sie zusammen waren, sich getrennt haben und sich dann auch wieder aus den Augen verloren haben. Und sich dann so anzusprechen, das hat ja nicht so gefallen, ne? Und jetzt gerade diese Ansprache, mein lieber Freund, ist eine Anspielung auf genau sowas. Ich liebe das. Unser Herzogtum sollte drei ganz bestimmte Voraussetzungen verspricht... Ja, ja, ja. Das ist immer so eine Stichelei dahinter, ja. Frühstück gleich, viel Spaß noch. Ja, danke, Rock. Viel Spaß beim Frühstücken und... ...den Besuch nicht so ärgern, nja? Und ich hoffe, du hast an meine Bestellung gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass hier die Leute auch so besoffen sind. In diesem rammeltischen, ritterverseuchten, südlichen Lande sind sie genauso besoffen wie im Norden. Ja, bitte gerne doch. Ähm, weise dich in den Tugend proben. Die Jahre vergehen und das Gute und Schöne braucht immer Verteidiger. Raustkampfturnier, bewaffnete Exkorte gesucht. Großmeister, Meisterschmied in Buclair sucht tapfere Mann, um verschollene Schemas zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich und wird entsprechend bezahlt. Radau auf dem Friedhof, oh oh. Da wollen wir gerade hin, da wollen wir uns eigentlich gerade mit Regis treffen. Diskreter gesucht. Fachmann, der das Mysterium um Reginald Dobris Denkmal untersucht. Anforderungen höchstes Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit übernatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert tadelloses Auftreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnisse in moderner Bildhauerei. Was? Nähere Details bei Roland de Flokuser, Curator der Günst- und Sammlerobjekte. Laxe la vie. Könnte sich lohnen der Sache nachzudenken. Na, wir kennen ja so Regis. Ist noch jemand Cappuccino? Jaaa! Cappuccino! Einen Cappuccino sind Fouple. Weiter gehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Dobris bleibt es auf weiteres geschlossen. Geschlossen? Wir sind den ganzen Tag geritten und zu sehen. Viel Glück bei der Jahrhunderte. Wir haben die Karten schon bezahlt. Wir wollen unser Geld zurück. Die Karten bleiben gültig. Wir müssen uns gedulden, bis die Ausstellung wieder geöffnet ist. Fluffy hat irgendwas gegen Kaffee. Keine Ahnung was. Also wahrscheinlich nichts, das hilft. No coffee. Warte. Ausrufezeichen T, ne? Gibt's hier auch. Bitte weiter gehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft. Ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Dann nicht. Warte. Hast du nicht dieser berühmte Hexel? Nee, du warst deutlich. Heute keine Besichtigung. Jetzt brauchst du es gar nicht mehr probieren. Eigentlich müsste man die Quest jetzt ablehnen. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal. Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Eigentlich sollte man jetzt ablehnen. Aber ich bin neugierig. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ja, und ich mache mich gerne unbeliebt mit meiner Abneigung gegenüber Kaffee. Das kann jeder gern haben, nicht gern haben, wie er möchte. Bei mir machst du dich damit nicht unbeliebt. Hier ist es. Unser ganzer Stolz. Reginaldo Brie. Ein Gigant unter den Liebhabern. Ein hervorragender Schwertmeister. Und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm. Und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen? Die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat die Statue, die Hoden gestohlen. Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Oh ja, ich habe heute wieder die dunkle Schlafzimmer mit dem Kratzing und Atom. So, kurz nochmal aufstehen, ja. Kenn ich. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Oh, schön. Was eine schöne Nebenquest. Es kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt. Die Kronjuwelen. Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Das ist so schön. Die Wortspielerei. Oh, herrlich. Also geht es gerade um die buchstäblichen Kronjuwelen, aber sowas von buchstäblich, ja. Und so auch Werbung geweckt. Es ist aber schade. Da wird es einmal spannend. Er muss das Video die nachgucken. Oh, ist das schön. Tu, was du tun musst, um Reginalds Gold in den Hand zu bringen. Und wenn du siehst, du kannst du rutschst und 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 rutschst. Moment, ich warte ganz kurz, bis Luna wieder da ist, aus der Werbung zurück. Ah, ist schön. Ah, ist das herrlich. So, lasst uns mal gucken, wo fehlen denn die Kronjuwelen. Das müssen wir mal näher untersuchen. Darf ich? Ja. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Haha, das ist so geil. Hör dich wieder. Ah, danke. Einfach, einfach glatt abgesägt. Oh, ich mag so eine Quest. Es ist so blöd, dass es einfach lustig ist. Das Zepter ist 1 zu 1 nachgebildet. Ich weiß nicht, ich glaub... Ne, das Zepter fehlt auch, oder? Ich glaub, da fehlt das ganze Puchstück. Ah, schön. Moment, untersuchen wir den Schauplatz des Verbrechens mit Hilfe deiner Hexas. Waren wir denn hier noch was? Im Laufschritt, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ah, einmal Sport. Diesmal ist es nicht Doppelsport geworden. Okay. Machen wir kurz Sport. Ich lass euch mal den Blick auf diese... So, mal bewegen. Ja, bewegen ist eh schön. Ich bewege mich auch gleich mal hoch und hole mal einen Krug Wasser. Weil ich merke langsam, wie die Stimme weggeht. Also so zweieinhalb Stunden... Streamen bin ich nicht mehr gewohnt. Also so zwei Stunden geht's. Ich merke langsam, wie die Stimme weggeht. Aber wir machen erstmal kurz Sport. Ne, wie immer kurz gemutet. Damit ich euch nicht eures Gehörs beraube. Bewegen ist immer gut, ja. Und ich glaub, wir bleiben bei der Keulenhandel. Zehn Wiederholungen. Gehen wir hin. Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Alle mal Knie beugen hier. Ja, alle mal Knie beugen. Mhm. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Und? Wer hat die Knie beugen gemacht? Ne? Oh, halt. Die Maus. Ich weiß, die Maus ist extrem überempfindlich in dem Spiel. Jedes Mal, wenn ich dagegen komme, dann machst du das weg. Weg. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Ähm. Was wollten wir jetzt? Wir sollten ja weiter Zeugs untersuchen. Aber es gibt nichts weiter zum untersuchen. Oder ich seh zumindest nichts. Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Des dreisten Juwelenraubes. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Ey. Hier ist nichts. Ist unten was? Es wird alles wieder gut. Es wird aber nichts angezeigt. Warte, ich bewege meinen Lkw über den Planeten, liefere den Bauern Maschinen und Module. Dann die Schneidersachen an die alte, neue Schneiderei. Danach einen Turm bauen und Holz ausliefern. Danach meine Baumschulen abholzen und dann zu pflanzen. Und ich bewege mich mehr mehr als genug. Anno? Bewegst du dich gerade in Anno? Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Alt bist du. Ist hier Frühstück gemacht? Ist hier Frühstück gemacht? Oh, ne. Oh, scheiße. Zum Glück. Zum Glück ist mein Mund nicht so schnell wie meine Gedanken. Das ist so. Hast du dir zwei hart gekochte Eier gemacht? So passend? Es wird alles wieder gut. Es muss einfach sein. Eko. Ja, okay. Eko ist auch schön. Da bewegt man sich auch mehr als genug. Das stimmt. Maschinen spielen nicht so viel Eko. Eko. Ja, okay. Sorry. Falsches Game. Uff. Ja. Das habe ich mir auch gar gedacht. Auf den letzten Meter gegen den Cappuccino entschieden. Weil ein Gön... Aber nicht wirklich, oder? Ein Gönner G. Kriege ich jetzt Werbeeinnahmen, weil ich das erwähnt habe? Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Ich bin kein Energydrinker. Ich bin kein Energydrinker. Und ich finde keine weiteren Hinweise hier. Es ist halt wirklich nichts da. Ich glaube, hier müssen wir später nochmal zurückkommen, weil... Die trinken Wasser. Keine Sorge. Heißes Wasser mit Milch, diese Barbaren! Ja. Tee. Und nur Tee. Zwei Salami Brote. Staffel 6. Oh, ich wollte Wasser holen. Fällt mir gerade ein. Ähm... Es ist halt... Es ist... Es gibt keine Hinweise. Ne? Es... Null? Null. Nada. Niente. Es wäre der witzige Nebenquest, aber... Ich komme hier gerade nicht weiter. Ich würde euch ganz kurz... Zwei Minütchen... Alleine lassen... Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Um... Ein bisschen Wasser zu holen. Oh, das sieht man gar nicht. Um ein bisschen Wasser zu holen. Gibt's übrigens im Shop. Ausrufezeichen Shop. Da kann man sowas schönes bestellen. Bin gleich wieder da. Nicht weglaufen. Gut. Es muss einfach... Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach... Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Ich bin wieder da. Kannst du das verantworten, uns selber alleine zu lassen? Sowas ganz ohne Mord vor allem auch, ne? Wer weiß, was ihr hier für Blödsinn macht. Aber ja... Ist ja nichts passiert, ne? So, aber... Kann man uns den Juwelendieb... Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Ah! Diamantsägeblatt. Das Tatwerkzeug. Ja, wie jetzt? Das ist alles? Keine Sorge, Regina. Keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Okay, man muss sich etwas genauer umgucken. Weil das Zeug hier wirklich... ...klein ist. Es wird alles wieder gut. Ach, das ist... Oh, ne. Jeden Spruch, den man macht... Keine Sorge, Regina. War nur ein kleiner Diebstahl, ne? Bald bist du wieder ganz. Bald bist du wieder ganz. Da, also... Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Es wird alle...